Hallo ihr Lieben, wir machen Milka Tender Mascarpone Dessert. Wir schlagen 200 ml Sahne steif mit 8 g Vanillezucker und 8 g Sahne steif. Dann nehmen wir 250 g Mascarpone, 50 g Zucker und verrühren alles mit der geschlagenen Sahne. Für jedes Glas verwenden wir einen Milka Tender. Vier Dessertgläser befüllen und nach Belieben dekorieren. Für Schokosauce einfach etwas Schokolade mit Sahne schmelzen. Schaut euch noch andere tolle Rezepte von uns an. Ich sage Danke und Bye Bye. Musik Bis zum nächsten Mal.